Und das ist noch ganz wichtig. Dafür haben wir aber von allem zu wenig. Ziegel geht schon. 180 minus. Wir brauchen ganz dringend noch Häuser. Oder wir bauen hinauf. Da kommt leider nichts. Das ist nicht gleichmäßig. Panik. In ihrem Dorf leben mittlerweile über 500 Einwohner. Super. Ich habe aber immer noch zu viel Minus. Was haltet ihr davon etwas für mich zu erledigen? Halt. Warte auf Anweisung. So viel wollte ich gar nicht. Hä? Ach Gott, na. Gut, dann fahr halt mit dem hin. Die Segel. Das ist so viel zu viel. Wir müssen irgendwie die Gebäudekosten sanken. Oder wir machen das anders. Dann gefällt es mir auch viel besser. Schauen wir mal. Meine Lieferung. Wunderbar. Ich nehme euch das gleich ab. Hab Dank für eure Hilfe. Kapitän auf der Brücke. Kapitän auf der Brücke. Kapitän auf der Brücke. Darf ich das nächste Mal mitkommen, wenn du für den Ende... Eure Hilfsbereitschaft macht euch sympathisch. Haben wir zu viel Wolle? Nö. Geht eigentlich hier. Ist alles schon im Gleichgewicht noch. Ein Erfinder beschleunigt ihre Forschungsvorhaben. Oh. Ich habe noch gar keine. Die Brücke stellt keine Waren mehr her. Dann sollen sie halt abgeholt werden. Was ist denn das Problem jetzt? Hm. Aber mitten in der Stadt brauchen wir eigentlich kein so teures... ...Markthaus. Die Forschung eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Dann... ...Tabak. So. ... 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 Nein, du fährst zurück. Und jetzt haben wir zu wenig Ziegeln. Das war so klar. Dann werden wir noch Schäums hinsetzen, sobald wir es uns leisten können. Und dann schauen wir, wie blöd wir uns das Geld ausgeht. So, die müssten ja immer glücklicher werden, ja? Oh, wir haben gar keine... Oh ja, da ist einer. Mh, Nahrung haben wir zu wenig. Was könnten wir einkaufen wollen? Nehmen wir mal ein bisschen Alkohol. Welche... Was ist jetzt schon wieder? Äh... Mh, wir wissen schon, dass uns die Nahrungsquelle nicht ausgeht. Nein, alle drei kriege ich schon wieder nicht zusammen. Also, wir sind die Nahrungszeiten, die Nahrungszeiten, die Nahrungszeiten, das ist nicht so gut, also die Nahrungszeiten. Es leben nun Bürger in ihrer Stadt. Ihr seid auf dem allerbesten Weg. Ihr habt ein glückliches Händchen. Du wärst eines McCranes würdig. Was verkaufen wir? 40. Da haben wir das erste Bürgerhaus. Den müssen wir leider runterschrauben. Der Erfinder begibt sich wieder auf die Reise. Schade. Ha, die haben wir gar nicht gemacht. Ein paar wieder hinsetzen müssen. Nichts. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Oh, wo ist die Kirche? Äh, nicht die Kirche, die Schule. Ich glaube, das gefällt mir. Das nehme ich meistens, weil es mir besser gefällt. Ja. 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 Ja.